Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Ob Sommer oder Winter, die Dauerstor-Alm in Alpbach ist einer der schönsten Plätze Österreichs. Familie Prosser lädt auf 1834 Metern Seehöhe zum Verweilen ein. Dank der Nähe zur Bergstation der Widersberger Hornbahn ist die Uhrige Alen besonders gut zu erreichen und begeistert somit Gäste aus aller Welt. Auf der großen Sonnenterrasse können Sie sich nicht nur am Panorama erfreuen, sondern zudem hervorragende regionale Gerichte genießen. Vom ausgiebigen Frühstück über die Bretteljausen bis hin zu Karsnocken und Schweinshaxen ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Die große Getränkekarte mit selbstgebrannten Schnäpsen rundet das kulinarische Angebot ab. Auch für die Unterhaltung der kleinen Besucher ist bestens gesorgt. Die nahegelegene Sommerrudelbahn verspricht Gaudi pur. Im Winter empfiehlt sich ein Platzsal am Kachelofen. Auch hier lassen Aussicht und Kulinarik nichts zu wünschen übrig. Dauerstor Alm – zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.